Also im Auto ist man ja eigentlich am sichersten. Also im Auto ist man ja eigentlich am sichersten. Also im Auto ist man ja eigentlich am sichersten. Und dann nehme ich an der Eckbinde mit Avocado und Zucca dabei. Und dann nehme ich an der Eckbinde mit Avocado und Zucca. Und dann nehme ich an der Eckbinde mit Avocado und Zucca. So Leute, ich war jetzt tatsächlich zum allerersten Mal bei Café Brühe. Und ich muss sagen, es war gut, hat geschmeckt, auf jeden Fall mächtig. Ich hatte dieses Foodporn, heißt das. So einen Pfannkuchen mit Vanilleeis und Erdbeeren. Ich habe nicht alles aufgeschafft, war aber lecker. Wir sind jetzt auf, na warte mal. Wir sind heute auf in Düsseldorf, weil wir so ein paar Locations abchecken wollen. Also so ein paar Puppets und so machen wollen. Ähm ja, ich bin gespannt, was wir gleich so finden werden. Let's go! Donner Russia! All of those years Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020